Hallo Unioner, Flo und ich halten uns während dieser Phase hier im Trainingsraum ein bisschen fit und was machen wir hier eigentlich täglich? Ja, wir kommen hier täglich her und haben die Möglichkeit den Kraftraum zu nutzen. Wir machen hier vor allem Oberkörperübungen, heute waren die Beine an der Reihe. Unser Fitnesstrainer Martin hat uns ein Programm zusammengestellt mit Erklärungsvideo. Guten Morgen Jungs! Und ja, das hatten wir heute eben mit drei Beinübungen, Bauchübung und Rückenübung und ja, so halten wir uns fit. Für mich persönlich ist es auch relativ wichtig, einfach so einen Ablauf hinzubekommen, dass man morgens aufsteht, gleich eine Aufgabe hat, in dem Fall zum Training geht. Und wie siehst du das? Ja, bei mir ist es eigentlich auch so. Also es ist wichtig, Routinen haben am Tag, weil wir es eigentlich gewohnt sind, jeden Tag aufzustehen, hierher zu kommen und zu trainieren. Und ja, so hat man einen geregelten Tagesablauf, kommt nach Hause, kann essen. Und ja, hat dann am Nachmittag Zeit, zu Hause zu bleiben und sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu lesen, zu zocken. Und so funktioniert das eigentlich ganz gut, die Phase jetzt. Bleibt zu Hause und Jona, wir freuen uns, wenn's wieder losgeht. Ja, bleibt fit und wir sehen uns bald wieder.